Herzlich willkommen zu einem Ausflugstour hier in der Universität von Essen in Bornstein. Nämlich im März 2008, Hersteller MAN. Kann ich noch hoch? In einer vierten Etage. Bauherrn, Bauherrn, das sind 1983. Man kann nicht wieder hier durchstehen. Und dann muss man da jetzt wieder aufgewohnen, als Etatsstand sein, der hingeht. Ich möchte einen Monatis aufzurufen, um zu organisieren. Hier wurden die Obenerzahe an und ich will noch nicht sehen. Im Endeffekt gibt es nicht mehr. Hier war aber ein, zwei, zwei, drei. Die Obenerzahe ist leider nicht mehr. Das ist auch ein Notfallaufzug. Dann müssen wir die Obenerzahe hier. Ich muss mich jetzt hier anschauen. Nein, die sind halt jeweils nur diesen einen Aufzug. Aufzug aufs Mal. Da komm ja jetzt wieder. Denn die Obenerzahe, ich ziehe mir die Obenerzahe auf Gewicht zu stehen. Von diesem Monatisagen und auch wecken und vom exclusiv Menschen. Und die Aufzüge im Südteil der Uni, der Universität Duisburg, habe ich bereits vor Jahren geführt. Da ist der F-Teil, der MG-Teil. Der F-Teil ist tief geworden. Erste Etatsche, kann ihm auch hin. Sehr ruhig. Jetzt sind wir jetzt in der Küche geworden. Ja, links. Ist auch hier. Wir gucken, wir haben jetzt modernisiert. Und schon, ja. Und wahrscheinlich ist es auch schon da. Und sagen wir nicht, modernisiert. Der Hersteller, ich meine. Der Motor sieht nie aus, wo auch 15. Aber der Motor hier. Da gibt es noch ein Geräusch, ist auch schön. Und, 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 und die Tatsache. Genau. Wenn wir halt bleiben, funktioniert das nicht mehr. Mal schauen, ob das hier funktioniert. Funktioniert. Krass. Und wenn die Tatsache. Echt? Verwachen Sie das nicht schon? Und auch diese Kabine ist sehr lang und auch bei diesem Aufzug und auch bei dem Nissen Gebäuderteil ist der linke Aufzug seit der Modernisierung weg, quasi abgebracht, entfernt. Wir kommen jetzt in die erste Etage, halbwegs mehr als Gebäuderteil. In der Ausgabe folgt in der ersten Etage. Wie sonst so die Gebäude hält, wie sonst der MF. Und die Führer sind jetzt. Und jetzt? Wart er auch noch? Richtig. Der linke Aufzug ist seit der Umständen weg. Ich weiß nicht, ich könnte es mal hier reinbringen. Ich fahre es mit dem Aufzug da hinten gefahren. F-Teil. Ich hätte es jetzt einmal später. F-M-B. MF. F-M-B. Wieder auf mit dem MF. Mit dem MF. Damit es die Voraussicht gibt. Nicht. Nicht. Das ist nur noch im Originalzustand, oder? Die Tür öffnet sich. HM1 aufs Original. Super. Mit der Etage. Und die Etage, dann passen wir da auch noch. Geil. Sehr schöner Umzug. Bauer immer 483. Gucken noch nicht, morgen endlich gehen. Und auch hier fehlt der Kaufzug. Die Tür schließt. Vierte Etage. Hä, funktioniert das nicht? Das Kellergeschoss ist natürlich gesperrt. Ich mache hier nochmal ein. Allein wohl, dass hier wirklich das neue Funkdrucksystem. Ausgeben. Aber jetzt sieht man das Licht. Das Monarch nicht eingebaut wurde. Die Tür schließt. 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 Das ist nicht so. Und dann fass das einmal ein. Geht mit mir zum Start. Auf jeden Fall sind wir wieder oben beim Zoo reingefahren. Heißt, dass wir jetzt erstmal gekommen sind. Dann gehen wir wieder rein. Kommt gerade nach oben. Genau. Da Flame F 떠�. Schauen wir mal noch einander damit. Fächliche Taschen. Der Zoo tatsächlich funktioniert leider nicht. Jetzt haben wir noch einander damit. Hier mit den 1 mit den 1 aufsucht. Ich denke mal, dass das im B-Teil war. Ja, so wie wir jetzt in der Fall sind. Ohne Kamera. Sehr, sehr schöner Aufzug. Original, eben im Original-Zustand. Ohne, nicht ohne, es wird ausgegeben. Ja, es wird ausgegeben. Da muss er gar nichts ungerollt. Er hat gar nichts von der Sitter. Er ist endlich eingebrochen bis auf das Dunkelsystem. Er ist halt Strom. Hier gibt es wohl einen Generator für die Aufzug. Das ist aber kein Feuerwehraufzug. Da hier ein Aufheber ist, wo die Aufzug ist, und soll nicht benutzen. Wir sind jetzt hier im F-Teil. Ah, das war unser A-Teil. Genau. Ein G-Teil und so weiter. Jetzt sind es ein A-Teil. Das ist ein A-Teil. Und nun mal zum Stand, wie lange sind wir in der ersten Etage, Hersteller, Abbrunner genau, das ist der Sokom-Hacker-Socker, dann mehr nach unten, Tür auf, nur kurz das hat Strom, außer Betrieb, überlast. Ich fühle mich jetzt in sehr, sehr viel Blick. Jetzt sind wir jetzt schon wieder. Ja, jetzt ist Spaß. Ist das nicht ganz schön? Ja, jetzt sind wir schon. Komm mal, hier bin ich groß. Komm mal, hier bin ich groß. Komm mal, hier bin ich großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Okay. Ich bin großartig. Ich habe nach Berlin her Umspächen gemacht, alles näher geschossen. Jetzt hab ich jetzt hochgeschlossen. Also ein bisschen zu sehrraktisch was? Aufs Rang, Ebene. Ja... Hier müssen wir noch zwei aufzüben. Die Software ist viel viel größer Ich denke mal viel größer Keine Chance Es ist gesperrt Die A-Caption Null Diese Beinaufsüge befinden sich im Gebäude im B Die Studie Die Wand auf sich ist 5 Wie ist das ein kleiner Ich nehme den Hügel. E4. Ich nehme den Hügel. Ich nehme den Hügel. Er kommt oben jetzt. Hügel. Das sieht aus wie ich kann. Ich nehme den Hügel nicht. Jetzt werde ich den Hügel einfach nicht mit dem Hügel. Dann gehe ich den Hügel nicht mit dem Hügel. Jetzt hätte ich den Hügel nicht mit dem Hügel für den Hügel. Es wird in die Hügel nicht mit einem Hügel nicht mit dem Hügel. Etage 1 Etage 9 Etage 1 In Universitäten In Universitäten Die meisten Ausländer Auf 1 und 6 Arbein In diesem Teil Doch Armin In diesem Teil Das ist ein Saal, ein vorleser Saal, also ein Sattel. Wir nehmen den Glasfettchen eingeladert, hier in den Kühl und so weiter. Aber dann nehmen wir schon wenigstens den Aufzug. M.E. 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 Er ist nicht mehr da. Und wir die beiden hier alle so geschwört haben. Und wir haben auch noch eine Schau. Sie sind nicht geschwört. Aber es ist eine Armee mit dem Aufzug. Und das sind die Armee mit dem GmbH. Die GmbH von B. Modus 4, 2014 von Schindler, Herrscherlein, einmalig. Der GmbH hat uns gesperrt. Doch, ist gesperrt. Ich mache jetzt den Test, ob der Dressur schließt, kriegt auch ein Iso-Aufsitzung mit. Die Person, die Person. Vielleicht fangen wir die zweite Tasche an. Die Tasche, die wir da sind blind. Und dann, mach ich so. Hau die sofort! Die Tasche nur. Die Leitort. Geht nicht. Auf Wiedersehen. Keep it safe. Das haben wir auch hier. Jetzt nicht. Fingern. Tügel noch einmal. Tügel noch einmal. Warten wir mal. Fingern. 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 Fingern Sie. Fingern sind wir hier. Das ist die dritte Etage. Erst einmal vermeiden. Die Kürbenschicht ist so einfach dran. Eben. Das ist immer mit der Füße. Und so weiter ist bei der Sonnenbefondung der Saal. Ist auch eine Etage. Wie ich weiß. Jetzt ist es gesperrt. Und eine Etageanzeige. Hier wird die Verkommunikation nicht mehr im PT-Bressen. Erst Etage. Die beiden Wadigungen. Schauen wir mal mit der Ländler auf die Abrundung. Das war's für heute. Und ich glaube so befindet sich in der Mensa an der Inkan-Busse Mühheim-Straße mit der Lothar-Straße. Die Lothar-Straße steht vor der Tür. Die Lothar-Straße steht vor der Tür. Das Erdschloss Baujahr 1990. Das Erdschloss Baujahr. 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 Das Erdschloss Baujahr.